Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb beteiligt sich an der deutschlandweiten Kampagne Wir für Bio. Aktuell wird mit Aufklebern auf Biotonnen und Werbetafeln auf Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebs auf das Problem von Plastik im Biomüll hingewiesen. Die Bioabfälle in Biotonnen sind oftmals mit Fremdstoffen verunreinigt. Insbesondere Küchenabfälle werden häufig mit Plastiktüten eingeworfen und gelangen so in die Kompostierung. Plastiktüten, auch jene, die biologisch abbaubar sind, gehören genauso wie Glas nicht in den Biomüll. Sie erschweren die Herstellung hochwertiger Komposterde. Alle neuen Biotonnen werden mit dem Aufkleber versehen. Der Aufkleber soll vor dem Einwurf der Bioabfälle in die Tonne daran erinnern, dass Plastikmüll der Kompostierung schadet. Mit den steigenden Temperaturen entstehen in Biotonnen oftmals auch unliebsamer Gerüche. Das durch verschlossene Plastiktüten zu verhindern, ist aber der falsche Weg. Die Gerüche lassen sich besser mindern, indem man den Boden der Tonne mit Zeitungen auslegt und feuchte Abfälle abtropfen lässt. Ebenso sollte Rasenschnitt leicht trocknen, bevor dieser in die Biotonne gelangt. Außerdem bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb die Biotonne Plus an. Gegen eine etwas höhere Gebühr können Hauseigentümer bzw. Hausverwalter die Biotonne mit speziellen Filterdeckeln beantragen. Ein Substrat im Deckel verhindert, dass unangenehme Gerüche die Tonne verlassen bzw. ungeziefernd Insekten in die Tonne eindringen. Das natürliche Substrat auf Basis von Kokosfasern ist mit Mikroorganismen versetzt. Sie bauen Geruchsstoffe ab und hemmen Pilzwachstum. Der Filterdeckel sorgt außerdem mit seinem Gewicht für einen dichten Verschluss der Tonne. Weitere Informationen sind im Internet zu finden.